hallo und herzlich willkommen hier zweite folge hier der karte es geht weiter zum aldi zuckerverkauf die bga arbeit wieder jetzt hat ihren nachschub bekommen ich wünsche mir allen schönen freitag und schöne startens wochenende heute freitag bei euch bei mir ist auch freitag und ich starte auch morgen ins wochenende aber wie gesagt das sind die folgenden tage und hinter mich nur wieder mal ehre aber jetzt dürfte einigermaßen passen tag sechs tags fünf ist bei mir freitag bei ls tag fünf wäre bei kettle und cops mittwoch ich muss mal irgendwann mal das ganze synchronisieren kann man sagen dass ich da das eine alles auf einen tag lege wir kommen gerade so hoch ja jetzt in meinem feld und sagen wieso wächst die unkraut hat doch überall gespritzt wo ich meinen raps eingesäht habe kann doch nicht sein aber teilweise gestorben schon wieder ja auch mein feld dann ist raps noch nix zu sehen das gras war gewachsen das gras und das freu wird da oder wie gut gibt es noch mal regen der folge geht als erst heute 12 uhr und dann noch mal da noch mal regenschauer und dann regen aber nicht machen dann noch mal wachsen hat gras ich tendiere eher zur silage ob wir noch ein eigentlich du kräuter haben eigentlich so wir wollen zum aldi das heißt hier links vorbei und geradeaus düngervabrik müsste noch arbeiten normalerweise müsste ansonsten müssen wir noch mal eine fuhre mist und gülle herfahren oder gärreste egal was alle fahrt liebe gülle in die bgh da und dann die gärreste raus zum für dünger erst für die gülle geld bekommen und dann her wird es umgefüllt aus gärreste und dann mache ich darauf dünger und die nährstoffe knallend auf den feld zurück dann muss ich mir überlegen ob ich da in zukunft die dünger funktion von den der sehmaschine deaktivieren und dann mit gärreste zuerst nachdünge automatisch und im wachstumsverlauf erste stufe nochmal nachdünge mit gärreste die maximale menge erreicht bekommen dass wir im grunde fast keinen dünger mehr nachdünnen müssen im grunde man muss sehen wie es reicht denn die gärreste das muss auch mal erarbeitet werden wie wir substrat wird veranpflanzen und da entsprechend abkippen wie zum beispiel zuckerrüben schnutzel die ist der kreuzer und zurzeit auf der anderen bgh ist die grasgelage dran die wir vom feld 36 geerntet haben und hier werden misst auf der anderen bgh werden misst und ab und zu mal gülle und ab und zu mal grünen schnutzel verarbeitet es werden ungefähr drei von rüber schnutzel und naja es wird ja wieder mehr die die arbeit ja man auch mit jahr doch 800.000 drin alles davon von thüringen und das muss man jetzt mal ja noch drei vier tage verarbeiten ja da könnte man auch packung papier zum zentrum bringen da fehlt noch was und vielleicht immer wasser dann kies verteilen das war einer anhänger nehmen traktor am besten diesel pollution body aufbauen schau mal ob wir das morgen hinkriegen das verbringt ja auch gutes geld wieder mal ne polizei sicher auf streife ist keiner zu sehen hier ist ja erst bier und jetzt zucker mann hier muss ja in einem alle verfressen sein hier und doofs haben sie auch immer ja klar ist übertrieben ne normalerweise äh gibt es ein großlager und dann verteilt äh grunde eine position die waren halt überall hin so ist es normalerweise korrekt denn die menge können dir gar nicht verkaufen aber ist ja nur ein spiel wo man nicht so genau nehmen so vorne passt hinten auch ja gut zingelt die kasse dann fahren wir jetzt zur papierhabrik mal schauen ob da genug papier da ist und kartons bevor ich kippe runter versicherungen zahlt aber nicht so oft dann können die so neue marschversion habe ich auch nicht untergeladen aktuell sagen wir so ich brauch's noch nicht so unbedingt jetzt hier sagen wir jetzt braucht das sofort ich bin doch nicht soweit ich habe auch nicht mal nicht mal die position ja die er hat bäckerei fehlt mir noch also 263 tausend bäckerei zum beispiel noch bauen wollte wegen zucker mehlfabrik aber viel mehr getreide also auch sorten das heißt ranhalten gas geben das soll man mit jahr überstehen wenn wir eine zuckerrübe mal ernten wieder anstehen dann müsste ich geräte für haben müsste man gleich die die produktion aufbauen die könnt ihr auch mischvoller verkaufen mal ja mischvoller ungern da lieber weil heu und die arbeit macht ja viel arbeit aber ich war doch dringend regen also ja wo mache ich dann nicht der gras halt wenn ich da überall die kleinen wiesen bleiben ja trotzdem hast du ich habe ja noch die 44 und die in der 50er irgendwie auch noch da wo die aktuell die 50er wird glaube ich krass eingesehen stimmt eine eine fläche habe ich schon eine recht große aber wie gesagt das muss auch trotzdem umkürzigen transporten ja genau aber wachsen auch nicht so richtig aber mal schauen heute gibt es ja langer zeit regen also regen wie ist die folgigkeit da kommt man gleich nach das ist ja auch nicht recht trocken hier ja so trocken auch nicht 7 prozent bei 14 prozent ist dürre 50 prozent wachstum können wir nicht verärten aber das ist ja eine ausnahme von der frucht ich habe mal so testversuchen gemacht genau da hat er wohl auch ja das ist wie abgesprochene ich hoffe dass er beim regen unser heu verschwindet und 12 soll anfangen was ich hier zu wenig habe ich da drüben zu viel in thüringen vor allen dingen vorhersagen um 9 uhr früh und was kommt regen um 0 uhr habe ich gerade silage pferdegras heu feucht bald gepresst das soll nachher silage ballen werden aus pferdeheu das war ja auch so ein akt herausfinden wie das funktioniert gut es gibt ja da ja ein forum von castor und da habe ich dann gefunden nicht durch zufall aber halt ja durch durch scrollen da hat jemanden link reingegeben für die für meist plus plus so da machen es vorne ist ja einmal ich nehme also 2020 mit meinen würde so empfehlen der paletten ist voll wasser aktuell sammeln keins mehr na gut dann werden wir halt vom sägewerk hat holen die aktiviert das so ist ja gut 20 brauchen wir erzeugt klingt nur so komisch ich würde mir eher meinen erschaffen 20 aber egal nehmen wir nicht so genau dann müssten wir bald ich habe den lgw für transport für kies und für sand verkauft weil ich mir dachte dass er ist schuld am da für die weiter springen können aber er ist nicht ich muss überlegen ob ich da eigentlich einen zukauf oder dem traktor mit kräftigen traktor mit anhänger er macht ja auch er macht ja auch ein takt war ein bisschen wendiger als hier ein lgw ja da brauchen wir pappeln die wären jetzt gut genau richtig aber haben wir nicht machen wir den deckel zu aber hier haben wir was da muss es einfach nicht ja da könnten wir auch die holzproduktion machen holzstammproduktion weil ich immer nicht machen wollte ja jetzt überlegt wird ja ich tue nach um meine Meinung zu ändern weil es erstens ja gut wenn wir winter sechs tage zeit haben zum holz fällen um zu fahren können wir eigentlich was machen also holzstamm würde ich noch eher noch nicht mal holen ganz gut ab der bursche ohne grenzen aber in sicherlich ist gar nicht schlecht mein gut es darf dabei nichts passieren zum beispiel da hat Dürreschehen einen links ausgewachsen und da auch auch nicht schlecht jetzt speichern darf ich nicht ne dann hast du alles auf der straße muss ich überlegen Cementhombrich ja können wir links fahren an unseren wiesen vorbei mit Heuwiesen mach ich nochmal Heu oder mach kein Heu wir haben ja nur zwei Felder Heu gemacht also wenn der Regen das Heu nicht weg macht da kann man theoretisch Heu machen nächstes Jahr halt für Sklage halt mal Mais und ein bisschen Gras wird behalten wenn kein Felder behalte ich ja diese hier Zwerge hier die 1,2 steht steht ob das jetzt hier mit einem neuen System zusammenhängt mit einem neuen Lenkrad und neuen Bremse ihr weißt es nicht oder ist es am LKW nie aufgefallen hier ist ja verdorrt keiner geerntet gerade geschaut noch wird gerade voll gemacht immer so kleine Einnahmen nebenbei also kein Großvermögen aber für die Unkosten da ist er schon mal nicht schlecht dann werde ich mal gleich den Anhänger zum Hof fahren ja Traktor mit Anhänger nehmen und Sand und Kies fahren und dann Traktor da ab die Fenn zum Beispiel den Tausender mal gucken den habe den habe ich auf dem Hof oder ich nehme den Deutz der aktuell mit Gärreste noch auf Feld 1 rum steht oder vor Feld 1 hört mir gerade so ein der müsste eh zum Hof gefahren werden eingepackt und dann so haben wir überhaupt genug Sand da und Kies mal gucken also Diesel war nichts mehr da aber Kies und Sand ist genug da Diesel werden produzieren also dort werden wir jetzt nichts zu kaufen diesen Sand muss ich mal immer verarbeiten ich weiß gar nicht ob wir den Sand noch anarbeiten verkaufen können ich glaube eher nicht glaub ich wissen Verpackung da oben aber wir können es immer testen hier brauchen wir drei Sorten Kies Sand und Sand muss ich mal schauen Kies haben wir jedenfalls nebenan und Sand auch können wir ja mit einem Anhänger fahren so so ist ja Verpackung brauchen wir gar nicht na gut egal die brauchen wir immer hier das habe ich vergessen gehabt noch nicht mehr gewusst Leerpaletten brauchen wir hier höchstens ok ok dann müssen wir kurz warten wie ihr das ungünstig ach nee weil er jetzt aktuell wird nicht ist so recht annimmt weil wie gesagt weil er als oben ist ne okay so wir haben wie 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 ich wenn ich und wie wie ist ich wie wie ja so ist das nicht aber ich habe nicht mehr gewusst ehrlich gesagt ich hätte nur einmal her gefahren gehabt am anfang und dann war es vergessen ich habe es nur geworfen die brücke und dann kamen andere sachen die richtiger waren und dann hab ich noch vergessen aber wie sagt man so schön was man den kopf hat man aber eine nicht dem falle lkw und dem fall ist auch hier die folge fertig ich sehe gerade seit 20 minuten leider die zeit vergeht wie immer zu schnell das soll es auch schon vor gewesen sein und dick ist dank für fleißig reinschauen ja morgen geht es hier weiter karton bringen woanders hin am besten gleich zu der murkerei und da brauche ich die sowieso verkaufen braucht ihr nicht unbedingt weil da bin ich lieber das weil ich es kann verarbeiten kann ich bin momentan Tschüss.